Sie möchten für Ihr Unternehmen von Chancen auf dem Energiemarkt profitieren? Dann kann es sich lohnen, Ihren Energieeinkauf auf mehrere Zeitpunkte zu verteilen. Finden Sie mit Enso Ihre optimale Einkaufsstrategie. Unsere Energiemarktexperten beraten Sie gern. Wie wäre es mit Enso Strom Flexibel Tee? Mit Enso Strom Flexibel Tee legen Sie selbst fest, wann Sie wie viel Strom kaufen. Dazu teilen Sie Ihren Strombedarf in mehrere Teilmengen auf. Sie orientieren sich an den Börsenpreisen und legen für jede dieser Tranchen den Kaufzeitpunkt fest. Sie kaufen Ihren Strom also genau dann, wenn der Preis für Sie attraktiv ist. Das Preisrisiko verteilt sich so auf mehrere Käufe. Und Sie sparen bares Geld. Preisrisiko nach Bedarf streuen und damit sparen. Das klingt interessant für Sie? Wir beraten Sie gern. Enso Strom Flexibel Tee. Für Experten gemacht. Energie auf neuestem Stand? Machen wir für Sie. Ihre Enso.